Hallo und herzlich willkommen bei Papers, Please. Ich hoffe, ihr habt alle eure Reisepässe bereit, denn heute wird streng kontrolliert und wir gehen zum nächsten Tag. Gott, ich schon rumdaufe, innere Machtkämpfe, dutzende Aufgrund, gefälschter Beweise, spurlos, verschwunden. Das wird lustig werden. Also ich hoffe, der Kollege bringt uns gleich unsere fünf Credits vorbei. Ich wäre ihm sehr dankbar. Heute wird Ihnen ein Abteilungslager für den Distrikt. Oh, ein Besuch abstimmen. Legen Sie Ihre bestmögliche Wahl an den Tag. Kollege, ihr räumt auf, innere Machtkämpfe. Okay, ich habe schon Angst. Okay. Da kommt der Kollege ja schon. Eieieiei. Guten Tag, Herr Oberst. Nun. Sie sind hier der Inspektor. Also, bin ich für Sie verantwortlich. Sie haben vier Verweise bekommen. Vielleicht war es ein Fehler, sich auf die Lotterie zu verlassen. Hier zur Motivation. Erinnerst Sie sich das in die Wand. Ich komme in zehn Tagen wieder. Dann machen Sie mir keine Schande. Das lebe Aschstotzka. Dienst nach Vorschrift. Das kann ich mir aufhängen. Ach, wie schön. Dankeschön. Ähm, gut. Wir fangen an. Vier Verweise. Hätten wir null bekommen. Weiß ich gar nicht. Papiere, bitte. Passt schon. Zweck Ihrer Reise. Oh, das hat mich motiviert. Oh. Da. Was soll das? Warten Sie hier. Raus da. Schnell. Wir müssen weitermachen. Unsere Grenze bleibt nicht zu. Papiere, bitte. Neue Versuch. Neue Versuch. 30 Tage. Entschuldigung, ich habe mich verlesen. 12, 20. Passt. Passt. Ruben. Faula. Passt. Vereinigte Föderation. Vereinigten Staaten wahrscheinlich. Karista. Great Reapits. Keinen Fehler gemacht? Ne. Na komm. Schuss. Ich habe echt keinen Fehler gemacht. In 10 Tagen kommt dieser Typ wieder. Das wird nicht gut. Ach, komm schon. Danke. Junge, ciao. Gut. Verdienen wir wieder Kohle. Wie ein wilder Tiger. Ich habe ja das Recht der Welt. Ihr glaubt, das ist wohl ein Scherz, das ich mache. Lasst mich durch. Bam. So. Jetzt wird es so rausgeschnippt. Ja. Wenn er nicht Platz machen will. Okay, passt. Stotzka. Paradiesener Verst. Äh. Juhe. Jager. Passt. Äh. Passt. Die. Grunde an Frisur natürlich ein bisschen schwierig. Passt. Kriegst ins Tempelchen. Verschwöner. Ich habe jetzt nicht auf. Ich vergesse immer auf die Bilder zu achten. Okay, passt. Äh. Bitte was? Das steht aber nicht so hier drauf, Diggi. Okay. Ähm. Zum Kaido. Na 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 na. Ähm. Ha na 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 na. Das sieht gut aus. Ich habe schon wieder nicht aufs Bild geachtet. Ich muss das häufiger tun. Könnt sein, dass uns das jetzt auf die Füße fällt. Papiere bitte. Ich habe es. 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 Wie lange? Drei Monate. Okay. Ulla Aasheim. Passt. 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 Ich muss jetzt nicht, dass hier irgendwas nicht passen sollte. Passt. Jo. Ah Mist. Na komm, nimm das. Sarato. Ne? Michael Sarato. Sarato finde ich. Besuch einige Wochen. Alles klar. Ich habe mir schnell den Namen aufgeschrieben. Besuch einige Wochen. Passt. Vedo. Passt. Passt. Wir müssen jetzt nach Collegien. Vedo. Ist nix abgelaufen. Abgelehnt. Passt schon. Sorry. Ich würde gerne mehr reinlassen. Aber so ist das Level. Da fehlt mir was. Na komm. Äh. Äh. Ne. Dann hier. Alles klar. Ich denke, warum nicht gleich so. Statistika. Es passt. Passt. Surlo. Sef. Passt. Ähm. Passt. Passt. Jetzt müssen wir nur nach Antegrien. Marmero. Dezol. Gehen, Digi. Viel Spaß. Ei, 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 ei. Papiere wieder. Mhm. Schon mal schön. Schön, wenn die Passnummer nicht passen. Aber da. Ei, 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 ei. Hab ich. Hab ich. Hab ich leider nichts gefunden. Ciao. Meine Güte. Immer diese Kinder. Immer dieser Stress. Jo. Probier bitte. Da. Was ist denn das für ein Gesicht? Immer diese ganzen Fingerabdrücke. Weißdecke. Mika el Kukashin. Ne. Mit Tilesh. Leider stimmen die überall. Ich guck. Also. Okay. Damit haben wir. Passt. Passt. Ich glaube da ist sonst nichts. Passt. Radiesener. Passt. Passt. Ciao. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ah, wir kriegen noch eine Person rein. Perfekt. Papiere wieder. Transit. Ja. Ohne Pass wird das hier nichts. Nur für Abgelehnte. Tschüss. Entschuldigen Sie. Sie müssen leider gehen. Ei, 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 ei. Dieser Saratov muss morgen kommen, hm? Wir haben ganz gut Geld gemacht, würde ich sagen. Diebstahl im Ministerium für Grenzschutz. Kaum auswürgen für wenige, äh, wenige Gegenstände. Krass. Antikenspionet eigenes Volk aus. Geheimnis. Verräter auf der Flucht. Wir gehen aber mal zur Arbeit. Mal schauen, was für Anweisungen wir heute bekommen. Und wie viel Geld wir heute bekommen. Wenn wir Geld bekommen sollten. Oh ja. Also Michael Saratov, nicht vergessen. Äh, durch einen Einbruch beim MFG. Mit freundlichen Grüßen. Äh, sind unter Umständen Siegel und Stempel abhandeln gekommen. Es wurde nichts zur Verwaltung. Wenn doch Geheimdienstberichten zufolge, sind Fälscher bereits dabei. Drei offizielle Astotskanische Dokumente zu verhältn. Okay, gut. Wir gewinnen sich, dass alle erforderlichen Dokumente über ein gültiges Siegel verhältn. Korrelieren sie fehlende oder falsche Siegel mit entsprechenden Absätzen. Okay. Das kriegen wir hin. Wir müssen halt die Siegel jetzt noch vergleichen. Beim Astotskanischen. Ach ja, ich stelle jetzt mal natürlich auch hier gucken. Ach ja. Fängt ja gut an. Und tschüss. Und so schnell geht das. Das erste, was ich mache, ist nur das, was ich erst mal gucken. Alter. Es gibt's ja gar nicht. Ich werd, ich werd verrückt, Alter. Ach. Ach. Jorge, wegen was bist du hier? Ähm. Ähm. Wie kann ich das? Weil ich meine, was er ja jetzt gemacht hat, ist nicht sagen, wofür er da ist. Ähm. Hat er nicht gesagt. Aber vielleicht hat er andere Probleme. Ne, das passt. Das passt. Ach, mit Sonnenstein. Kein hier. Der ist hier eigentlich richtig. Das ist leider richtig. Und am Ende hat er irgendwas gemacht, was nicht passt. Hier kann's da haben. Ah, krass. Ich krieg ja ein opresanisches Monokel. Und es war alles richtig. Ich fass es nicht. Der komische Vogel hat alles gefilmt. Der Siegel passt, ne? Okay. Nein. Passt nicht. Ciao. Das erste, was man nachgucken muss, ist, ob's falsch ist. Und es war einfach falsch. Glaubt man gar nicht. Ah, guck mal, der Kollege kommt rein. Guten Morgen. Morgen. Du hast sieben Personen verhaftet. Der Bonus, die Zahl ist anständig. Das reicht nicht. Ja, ich weiß. Meine Frau ist jetzt krank. Napper stecken alle mit der Grippe an. Ich muss Medikamente kaufen, das ist noch übrig. Den Rest kriegst du nächstes Mal. Du kannst es mir leichter machen, indem du mehr Leute einbuchtest. Oh, Junge. Der verarscht einen schon bissle. Das ist die Hilfe, die man bekommt. Ich probiere bitte. Der Siegel stimmt sogar. 60 Tage. Han Soschka. Passt. Jetzt müssen wir noch Kollegen nachgucken. Kollegen. Jürgenstadt. Ja. Meine Güte. Ich habe jetzt keine Probleme gesehen. Sie dürfen gerne gehen. Und jetzt ist irgendwas falsch gewesen. Ach ja. Ja. Was muss ich denn machen? Ach, das ist der Spion oder was? Okay, pass auf. Ich helfe denen. In der Hoffnung, dass ich irgendwas dafür bekomme. Ja. Ich habe hier einen Freier. Ich hätte die Frau damit aber auch durchlassen können. Okay. Okay. Die Frau muss ich beim nächsten Mal auch durchlassen. Impor ist hier. Ja. Nee. Ist da. Aihan. Zakaido. Passt. Hoffe der Orden wird sich bei mir bedanken. Oh nein. Besuch. Für wie lange? 30 Tage. Okay. Okay. Ich muss auf diese Siedel achten. Okay. Passt. Zakaido. Ist doch gut aus. Ich sehe da keine Probleme. Jetzt habe ich wieder einen Fehler gemacht. Ich zeige es nicht. Ich sehe es schon kommen. Es wird so wehtun. Du kannst arbeiten. Wie viel du willst mal dann? Du brauchst. Einen Pass. Ah ja. Tschüss. Das Leben ist hart. Ich weiß. Passt. Ein Monat. Zum Kaido. Siki. Äh. Gehen wir davon aus. Passt. Und jetzt habe ich den letzten Fehler für den heutigen Tag gemacht. da. Dann flippe ich aus. Passt. Passt. Lil Hermes. Ovic. Uh. Das geht doch gar nicht. Oh shit. M-m-m-m-m-m-m. Oh. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ich hoffe, das sprenkt sich nicht in den Duft Boom Nein Wir haben ein bisschen Geld bekommen Den Geld gebracht zum Verbrennen abwählen. Was? Kürzel für Fortschriften. Fortschriften. Ich nehme das natürlich an. Ui, ui, ui. Metro in Grestin steht still. Ähm, Bilder und Worten. Meist in Worten. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von F1. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Reisepässe bitte dabei haben und bis zum nächsten Mal auf dann. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020